Rinaldin stellt den in Großbritannien von Kincat produzierten Steeltrack vor. Steeltrack ist ein Vertikalschneider, der verschiedene Materialien schneiden kann. Er ist ausdrücklich für die Grafikindustrie entworfen worden. Der Schneideblock mit drei Positionen ermöglicht das rasche Wählen der Klinge je nach Material, das geschnitten werden muss. Der Schneideblock mit zwei Kreisklingen ist für Aluminium, MDF und anderes Material vorgesehen. Der Schneider ist mit zwei Präzisionsanschlägen ausgerüstet, linker und rechter Anschlag. Dieses ist ein Zubehör für besondere Arbeiten, wie zum Beispiel die Ausführung von V-Kerben. Äusserst praktisches Abkuppelungssystem. Das Blockiersystem erstreckt sich über die ganze Länge. Der Schneider ist mit einem wirksamen Balance- und Gegengewichtssystem ausgerüstet, um die Anstrengung des Bedieners zu verringern. Stiltrack kann viele Materialien schneiden, unter anderem Platten mit Aluminium, wie D-Bond-Platten, PFC Harzschaumplatten, wie Forex, Schaumstoffplatten, wie Laminil, Zellenförmige Kunststoffplatten, Zellenförmige Kunststoffplatten, Der Schneider Stiltrack ist in zwei Grössen lieferbar. Schnittlänge 165 cm, Code ST165 Schnittlänge 210 cm, Code ST210 Sie finden ihn im Website www.rinaldin.com www.rinaldin.com www.rinaldin.com